Ein Haus, entworfen von einem jüdischen Architekten aus Berlin. Eine Schule für die Mädchen der jüdischen Gemeinde Berlin. Viele Schülerinnen kommen aus armen Verhältnissen. In der Mädchenschule lernen sie neben den üblichen Fächern auch Hebräisch und traditionelle Kunst. Geschlossen 1942 von den Nazis. Ein Militärkrankenhaus für deutsche Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Wieder eröffnet als Polytechnische Oberschule Berthold Brecht für Schülerinnen und Schüler des sowjetischen Sektors. Der späteren DDR. Nach der Wiedervereinigung lange Jahre ungenutzt. Ein Haus, das seit 2012 das kulturelle Angebot Berlins bereichert. Als Haus für neue Kunst und Esskultur, das Geschichte mit Gegenwart verbindet. Ein Haus, das jede Menge zu erzählen hat. Jewish Places sammelt die Geschichten jüdischer Orte und Persönlichkeiten und fügt die Bruchstücke zu einem Bild zusammen. Jewish Places ist ein Ort zum Entdecken, zum Vernetzen und vor allem zum Mitmachen. Werden Sie Teil der Community. Erzählen Sie uns Geschichten von jüdischen Orten aus Ihrer Umgebung. Teilen Sie Texte, Fotos und Videos auf Jewish Places. Es gibt noch viel zu entdecken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017